Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker Kerstin Ott spricht über das Promi Leben von Helene Fischer Plus 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 Wilfried Klim leidet nach Unfall unter starken Schmerzen Plus 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 Haut Carpendale lässt sich von Enkel Metz ein Ständchen bringen. Schlager 2021 Alle Infos und News zu ihren Schlager-Stars 23. September 2021 Klarer Seitenhieb von Schlager-Star Kerstin Ott gegen Helene Fischer Kerstin Ott 39 Gehört zu den erfolgreichsten Schlager-Sängerinnen Deutschlands. Doch die Musikerin unterscheidet sich in einigen Dingen von ihren Kolleginnen Statt Glitzer und Tamtam tritt die gebürtige Berlinern am liebsten bodenständig in Jeans und Hudi auf, mag er die leisen Töne. Kerstin Ott möchte vor allem mit ihrer Musik überzeugen. Ich werde mich sicherlich nicht wie Helene von einem Trapez herunterschwingen, verriet die 39-Jährige kürzlich in einem Interview mit web.de und spielt damit auf Schlager-Queen Helene Fischer 37 An Eine Bühnenshow wird es bei Kerstin Ott also nicht geben, wenn sie Ende des Jahres auf Tour geht. Die Musik steht im Vordergrund. Es wird eine super Band dabei sein, mit der ich Lieder zum Mitsingen, Lieder zum Weinen und Lieder zum Tanzen präsentieren werde. Die Fans dürfen sich auf schöne Abende und emotionale Reisen freuen. Neidisch ist sie nicht auf ihre zwei Jahre jüngere Kollegin Helene Fischer, im Gegenteil. Mit Helene Fischer möchte ich nicht gerne tauschen, wenn man bedenkt, dass sie auf fast jedem Cover zu sehen ist und die Paparazzi vor ihrer Haustür warten. Es ist gut so, wie es ist, stellt die Sängerin im Interview klar. 22. 22. September 2021 Wildecker Herzbube Wilfried Gliem Nach kompliziertem Bruch hat er immer noch Schmerzen. Wilfried Gliem, 75 Teil des beliebten Schlagerduos Die Wildecker Herzbuben, hat gesundheitliche Probleme. Vor circa zwei Jahren stürzte der Musiker in seinem heimischen Garten. Er fiel auf den Allerwertesten und zog sich einen komplizierten Bruch der Wirbelsäule zu. Darunter leidet er immer noch. Bis heute komme ich damit nicht zurecht. Ich habe beim Gehen immer noch starke Rückenschmerzen. Wenn ich den Rollator nehme, geht es besser, weil ich nach vorne abgestützt bin, erklärt er im Gespräch mit der Illustrierten meine Melodie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017